Vielen Dank Peter. Meine Damen und Herren, bitte folgen Sie mir, denn der Einblick in unseren Mercedes-Benz-Stand ist noch nicht vorüber. Wir möchten unsere Position im Reismobil-Segment gezielt weiter ausbauen und uns dabei noch stärker als bisher als Innovationstreiber positionieren. Daher beschäftigen wir uns schon heute mit der Zukunft von morgen und machen sie auf unserem Messestand für Sie erlebbar. Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit spielen zukünftig eine immer größere Rolle, auch für das Reismobil-Segment. Dass ein emissionsfreier Betrieb für Camper in Zukunft möglich sein kann, zeigen wir mit unserem Konzeptfahrzeug, dem Konzept Sprinter F-Cell. Emissionsfrei und nahezu geräuschlos lassen sich mit diesem Fahrzeug dank Brennstoffzellenantrieb große Entfernungen von bis zu 500 km zurücklegen. Neben Wasserstoff kann aber auch Strom getankt werden. Das erhöht die Reichweite nochmals um bis zu 30 km. Hier sehen Sie drei Wasserstofftanks im Unterboden. Diese können insgesamt 4,5 kg Wasserstoff speichern. Ist für einen besonderen Einsatzzweck eine größere Reichweite notwendig, so lässt sich auch ein weiterer Tank, wie hier zu sehen, im Heck unterbringen. Außerdem auf der linken Seite zu sehen die Batterie. Ein weiteres Plus, die Brennstoffzelle kann als autarke, leistungsstarke Energiequelle für den Wohnbereich genutzt werden. Beispielsweise für die Betriebnahme der Heizung, der Klimaanlage oder auch des Kühlschranks. Das bietet natürlich besonders beim Campen in der freien Natur extrem große Vorteile, dass Sie keine externe Stromquelle benötigen. Dann chopate die Batterie